Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass Kinder Spaß an der Bewegung haben, Spaß am Sport haben. Und in dem Fall haben die Kinder vielleicht nicht ganz so leicht gehabt wie wir oder wie andere Kinder. Und ich glaube, da bringt es dann noch mehr, wenn Kinder so eine geile Skiwochen haben bei uns da.